so hallo und willkommen zum kleinen neuen video von einem display ich freue mich extrem drauf wir machen gleich weiter und ja ich bin gleich für euch da also ein kurzer moment er hat jetzt eine musik dass ihr euch entspannt dabei eine kleine musik habe ich vorbereitet ja bis gleich so 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 Einfach Vorspulen, hat er keine Langeweile mehr. 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 So, aber jetzt bin ich für euch da. So Leute, da bin ich wieder. Da bin ich wieder bei Video. Also ganz oben bleiben. Ja, genau. Und jetzt viel Spaß. Wir spielen heute Super Mario Party. Okay, oh, nach 6 Minuten, sorry Leute, ich muss gerade ein bisschen aufräumen, kann man sagen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ach, krass. Das kommt mir auch. So, danke, ne? So. Danke, ne? Heute spüren wir mal, bei den guten Goomba. Wir spielen übrigens danach noch Pokemon Let's Go Evoli. Also haue zwei Sachen im einen. Ähm, ja, das ist so cool. Ja, ich konnte heute nicht mehr so viel aufnehmen, sorry Leute. Aber ich habe es einfach jetzt heute mal geschafft. Ähm, Lego Harry Potter noch zubringen und auch noch, ähm, Casuals, ähm, das, ähm, Carnaval Games Spiel habe ich leider nicht mehr geschafft. Die letzten zwei, drei Tage war das, weil es gab nicht mehr so eine Verfügung dafür. Oh, und jetzt kann ich auf einmal, kann ich auf einmal, ähm, sie spielen, das ist ja krass. Aber jetzt, wir erst mal eine große Story Mode spielen. Ja, ich würde sagen, das freischalten wir erst im nächsten Part. Ja, von Mario Party. Von Super Mario Party, ja. Also, Carnaval Games kommt jetzt am 1.30 wieder. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm, zack, zack. Wir gehen mal hier hin. Zu dritten Welt. Oder habe ich das auch schon geschafft? Ja, ich weiß auch nicht. Du hast dieses G-Speed schon so guter Kunde. Dankeschön. Aber das, ähm, das andere nicht, ne? Ich hoffe, ich habe Polizei für euch, also, auch du ein bisschen Geduld vielleicht haben. Expert-Modus, ja, ja, gehe ich mal dahin. Mach, ich mach weiter den Apfelheim. Ich mach weiter den Apfelheim, Mann. Das haben wir schon geschafft, oder? Ja, richtig. Jetzt, jetzt machen wir, ähm, Ja. Das machen wir, ja. Das ist ein cooler, das ist ein cooler Spaß. Das sind alle meine Lieblings-Level und auch, Nimm-Spiele. Das wird cool. Viel Spaß auf jeden Fall, jetzt schon mal. Das wird richtig cool. Also, sorry nochmal, Leute. So lange es mir gebracht hat von Mario Party. Ja, sorry nochmal. Lagt vielleicht auch an diesem Weihnachtsgeschenken. Ich glaube schon, dass daran lag. Aber jetzt kommen wir hoffentlich mehrmals zu Mario Party. Ich hoffe mal sehr, dass es so ist. Und PoloGon hab ich auch über alles gefühlt. Über die Berge gebracht. Können wir ja nur mal machen. Kein Problem. ja sehr gut wir müssen es noch ein bisschen mehr können ja genau gut immer im perfekten sein ich hab ja nicht geschafft aber es ist nicht schlimm muss aber fertig sein perfekte ich hab schon wieder so zwei tage nicht raus ich komme kann ich mit dem ganzen spiel ich bin nicht hinterher das ist so schön mit mir sorry leute ist aber ok naja tut mir leid du 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 war ja fast gut aber das ist ja auch echt schwerer modus kann man sagen wirklich kack mies wirklich naja jetzt ist doch nicht mehr oder hey das ist nicht einfach irgendwie muss einfach pecher klein mein gott ja ohne ende und ohne was zu sagen einmal weiter dankeschön man ja kann es werden ja schafft baby jo das war gut naja ok ja jetzt dankeschön ok das wird schwer das kann ich gar nicht kann ich aufgeben gleich das mache ich niemals das sind da ist gern oh mein gott das ist mein liebes game das spielt ich liebe das spiel ich liebe das spiel ich liebe das natürlich natürlich du sagst naja naja jetzt wollen wir noch extra das nicht hören natürlich aber jetzt okay oder ist okay ja 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 jetzt geht's wdf ihr schlampe schlampe also ihr nicht aber ich scheiß drecks spiegel diesen doof die doofen dreckigen cpu sind echt schlampen nicht auf keinen fall ihr die doofen computer vom spiel packen mich ab wirklich deswegen habe ich das eingezeichnet niemals das noch nicht nein nein ach man ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 15. Oh Gott. Alles klar. Jugo, verrette einfach mal. Untertitelung. BR 2018 Was ist das denn, ey? Diese Scheiße hier bei Schatzke und Sack, ne? Boah, ey, jetzt kotzt mich so an, ne? Ich mach nix, ich mach nix! Ja, mach nix mal von vorne, mach nix mal ne Ruhe hier. Halt die Schnurz! Boah, was ist das denn für ne dreckige Kackschlampe, ey? Das ist aber echt scheiße, ey. Wirklich ernsthaft. Beschüss einfach nur. Halt die Schnurz! Ach, halt doch die Schnurz! Na, ist er gut, ist er gut. Aber es ist halt schwer, gerade. Ich will nicht mehr das Spiel spielen, es kostet mich an. Ich will nicht mehr... Ich will nicht mehr... Na, Herr Purzen, hab ich gemacht. Ich weiß nicht. Hab ich nicht. geschäft ja es ist schon ein gemeiner part und schon meine level spaß ja wir sind gleich wieder bei pokémon let's go ja so leute ich probiere jetzt eine runde pokémon let's go ehemalige zu spielen aber nicht nur ohne grunde spiel heute auch mit dem pokémon plus da freue mich drauf zum ersten mal richtig zocken für heute mit dem pokémon platz in der richtigkeit ich bin gespannt wie er sich anfühlt wirklich spiel er blinkt so auch mal blinkt kann man auch spät alter so aber was ich mir fragt kann man auch kann man den pokémon platz auch mit anderen sachen auch für den uhr nur mit und nur wo man weiß ich genau was so geht und ja jetzt geht da so geht es okay gut ja auch mit dem trottel jetzt ja geh nach oben du geh nach oben du voll idiot man hallo Okay. Ah, okay, ja, das gerne. Ganz, ganz kleiner Update, okay. Ah, glaube ich, ganz cool mal. Ist ganz cool mal so zu sehen, wie das so dauert. Finde ich cool. Hä, was das für Klopfe eigentlich hier ist? Ja, voll cool eigentlich. Der Ball ist cool, der Ball, ja. Der riecht auch voll gut. Mhm. Der riecht voll gut, der Baby. Kann ich ja auch nehmen, weil noch mal Nutella to go essen. Hm. Beste Leben. Beste Leben. Beste Leben. Beste Leben. Das gönne ich mir jetzt. Ich hab sowas immer gerne. So, so, zum Snacken. Finde ich voll lecker. Und Nutella mit so einem leckeren Laugenstick. Gepäckfüllung. Finde ich lecker. Wirklich. Hm. Ich liebe sowas immer alles. Aus einem Euro, aus einem Euro ist okay für das leckere Zeug. Hm. Hm. Lecker. Ja. Ich wünschte, ich hätte euch das auch gegeben, aber hab ich leider nicht. Weil ich jetzt nicht kann. Ich kann nicht, ähm, euch das geben. Leider nicht. Und man sieht ja, ob sowas Neues ist, sehr schön. Sehr cool. Ich fahre mich schon auf dem Pokéball Plus. Ich könnte eigentlich danach noch, ähm, was anderes noch spielen. Wow. Er blinkt. Er blinkt, Leute. Voll cool. Ja. Ist eigentlich voll fütbar. Cool. Ja. Ist eigentlich voll fütbar. cool. Jetzt kaufen wir uns drauf. Oh nein. 5% noch. Naja. So lange. Spielen wir noch. Oh, ne. Ja. Das ist cool. Cool. Jetzt hält er die scheiß Kamera nicht, ne. Ich kann kosten, ne. Boah ey. Es nervt mich total, ne. Oh, ne. Oh, ne. So ein Stecker hätte er jetzt nicht mehr. Der gute. Boah ey. Das nervt mich so, man. Ja. Mach einfach so, ist egal. Kann man auch einfach so hochladen. So geht er. Was halt scheiße, wenn man es halt nicht hält und dann nervt dann, naja. Ich will schon. Okay. Let's go. Komm. Hören wir auf. Juhu. Danke. Ja. Wir fangen an. Oh mein Gott. Ja. Er hat geschrien. Hinweis. Lege beim Spielen mit dem Pogoboy Plus. Ja. Okay. Ja. Danke. Wow. Nein. Das wird cool heute doch. Ja. Wo sind wir an der Steine lieben? he is team leave not here I know Mhm. Mhm. Boah, ich könnte... Toh, oh Gott. Boah, du hast das gemacht, also so bescheuert gemacht, ey. Boah, ey. Hier glitzschitten Tricks, das ist so dumm, ey. Dumm, ey. Dumm, Mann, ey. Dumm, Mann, der... Ich versteh das nicht. 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 ich habe auch echt putzig mal sehr süß und das sind wir hier ok danke dann weil ich bescheid hallo hallo ja so macht auf jeden fall viel spaß gerade hier mit dem platz habo zu lange auf jeden fall riecht auch gut wirklich dankeschön ja danke so ich fette bock noch auf eine runde hallo gleich noch vielleicht wenn es geht doch 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 wäre gut zu sehen oder alle schon hallo hallo zum gegner ja bestimmt ja hallo ich hatte es schon an die mehrwürdigen autofahr jagt hallo 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 so es macht schon viel spaß die promptly platz wirklich sehr viel spaß ich muss erst mal mich daran wir uns erhaalte aber sonst geht ein ich als gut so ein dieser 작업weise kann man sich auf jeden Fall sagen können auch gleich mal ausprobieren was auch geht innerhalb von anderen spielen so 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 ja ich würde dann hier auf ja wir spielen jetzt einfach habe ich die hoffnung wir sehen uns gleich wieder ja bis gleich also wir können anfangen wir gucken ob es funktioniert mit dem poko also blinkt noch aber ich glaube es geht doch oder ich weiß nicht ich würde es feiern wirklich ich würde es feiern wenn er jetzt auch in diesem spiel geht geht doch nicht ich glaube jetzt geht es auch nicht nee gar nicht schade es geht eigentlich nee es geht um pokémon ich hoffe auch im neuen spiel geht es aber es geht nicht in hausburg ja nicht ist nicht schlimm ich wollte mal testen deswegen habe ich am anfang gedacht das geht aber dann noch nicht ist nicht so schlimm keine sorge ja das go neue runde spaß ich habe ein bisschen mehr brach vom spiel aber jetzt vor mit darum endlich mal wieder was zu bringen immer was zu bringen ist auch traurig aber jetzt habe ich die zeit ich bin so glücklich ich hoffe ich habe es gemacht ich hoffe mal ob ich es gemacht hat man ok danke ok alles klar ja machen wir es mal einfach hallo ja verkaufen würde ich das gerne mal verkaufen würde ich das gerne mal ok ab einfach mal ab 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 Okay. Danke. So, ich esse immer ein Hotel dazu. Jetzt ist schon ein Cremi geworden. Ich merke schon, ja. Ah, Junge, hör auf, Mann. Okay. mhm du immer herbarieren eine Runde danke danke ok alles gut alles gut alles gut alles gut ja ich glaube es ist okay oder ja es ist in Ordnung ich glaube es ist gefährlich so herum zu laufen wenn du so müde bist gehe heim ich glaube ich gehe mal nach oben oder hier gibt es noch so viel sachen ach es ist ein Thema die klingt gut hier mhm also ich glaube wir werden jetzt ja auch noch ein bisschen mehr Spaß haben vom Spiel kann ich mir auf jeden Fall auch noch so trauen mhm rät an 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ok alles klar dann reparieren wir jetzt diese schöne hülle und du kannst dich deine was nicht dein mund aufmachen das ist genau schaffen wir cool hmm Ja, Leute, das war's dann mit dieser ganzen kompletten XSL-Folge von Pokémon, von Super Mario Party und von Harvest Moon. Wenn ihr so viel immer haben wollt, könnt ihr es mir in den Kommentaren schreiben. Ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, ich liebe euch und schau, Leute, ich hab euch so lieb. Es kommen noch viel mehr Projekte. I love you.